Sie sind bestimmt Mr. Benjamin. Hallo. Würden Sie mir was über Ihre früheren Patienten erzählen? Trevor wäre mein erster. Mein Sohn hat einen besonderen Humor. Brauchst du was? Würdest du die Wünsch-dir-was-Stiftung anrufen? Ich möchte, dass Katy Perry mir einen bläst. Er wacht jeden Tag zur selben Zeit auf, sieht zur selben Zeit fern und isst jeden Tag zur selben Zeit. Waffeln und Würstchen, zwei Waffeln, ein Würstchen. Das sieht ja aus wie zwei große Eier mit einem kleinen Penis. Ja. Hast du die Scheidungspapiere dabei? Ich bin noch nicht so weit, Janet. Es sind jetzt zweieinhalb Jahre. Was ist denn die magische Zahl, bei der du endlich bereit bist? Wenn du eines Tages karmgesund wärst, was würdest du am liebsten tun? Hier drauf sind die lahmsten Touristenattraktionen deines Landes verzeichnet. Der welttiefstes Loch. Das weltgrößte Rindvieh. Glauben Sie, ich würde Ihnen erlauben, mit meinem Sohn einen Roadtrip zu machen? Ich sorge dafür, dass Ihrem Sohn nichts geschieht. Schon mal in Slim Jim gegessen? Nein. Beiß in den James? So sagt man doch in eurem Land. Hey, siehst du das? Reicht dir das? Ja, und ihr? Auch. Sie könnte bei uns mitfahren. Hallo, mein Name ist Ben. Sind Sie ein Perverser? Ich bin nicht pervers. Das würde ein perverses Schwein sagen. Ich bin dort. Trevor. Habt ihr Perversen noch Platz für einen dritten? Ich würde gern meinen Vater sehen. Er hat uns verlassen, als ich krank wurde. Hi. Wir wollen zu Bob. Sagen Sie, Trevor ist da. Und wenn das nicht hilft, sagen Sie ihm, er sitzt im Rollstuhl. Und wenn das nicht hilft, es ist sein Sohn. Und wenn ihm das nicht auf die Sprünge hilft, sagen Sie ihm, er wäre ein Arsch. Ich möchte auf keinen Fall, dass Sie Trevor zu nahe kommen. Versprechen Sie ihm nichts, was Sie nicht halten können. Fragst du mich hier gerade nach einem Date? Ja, das mache ich. Du bist einfach nicht mein Vater. Ich will dir nur helfen. Das stimmt nicht. Hier geht's gar nicht um mich. Hier geht's um dich. Ich rufe die Wünsch-dir-was-Stiftung an und bestelle Katy Perry zu uns in ein Motel in Missoula. Welchen Song soll sie singen, während sie mit ihr zugange ist? Firework.